Florian Silbereisen und Beatrice Egli, zwei strahlende Stars der deutschen Schlagerszene, wurden vom Publikum nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen ihrer besonderen Beziehung geliebt. Allerdings wissen nur wenige Menschen, dass hinter dem Ruhm und dem Lächeln auf der Bühne tiefe Traurigkeit und Traködie stecken. Einer der herzzerreißendsten Momente war, als Florian Silbereisen wegen Beatrice Egli seine Tränen nicht zurückhalten konnte. Florian Silbereisen, geboren 1981, und Beatrice Egli, geboren 1980, lernten sich im Wettbewerbsintensiven und stressigen Umfeld der Musikbranche kennen. Anfangs waren sie nur Kollegen, doch ihre Sympathie und die Gemeinsamkeiten im Künstlerleben führten sie schnell zusammen. Die Freundschaft zwischen Florian und Beatrice blühte auf, und viele Fans spekulierten über eine Romanze zwischen den beiden. Obwohl die beiden ihre Beziehung immer vor der Öffentlichkeit geheim gehalten haben, sagten ihre liebevollen Augen und besonderen Gischten der Fürsorge mehr als Worte. Der Druck durch Ruhm und einen vollen Arbeitsalltag belastete ihre Beziehung jedoch stark. Obwohl Florian und Beatrice immer versuchten, Zeit miteinander zu verbringen, fiel es ihnen aufgrund der geografischen Distanz und der häufigen beruflichen Verpflichtungen schwer, eine stabile Beziehung aufrecht zu erhalten. Es kam zu Spannungen und Konflikten, und unvermeidliche Auseinandersetzungen führten nach und nach zu einer Kluft zwischen ihnen. Einer der Gründe für die Tracödie waren die unterschiedlichen Lebensperspektiven und Karriereziele. Für Florian, der über langjährige Erfahrung in der Schlagermusikbranche verfügt, stehen Karriere und Verantwortung stets an erster Stelle. Er streben unermüdlich danach, seine Position in dieser rauen Branche zu behaupten. Obwohl Beatrice ihren Job liebt und sich leidenschaftlich für Musik interessiert, möchte sie auch ein friedliches und glückliches Leben mit der Person führen, die sie liebt. Dieser Unterschied wurde nach und nach zu einem großen Hindernis, das die beiden daran hinderte, miteinander auszukommen. Die wahre Tracödie passierte, als beiden klar wurde, dass sie diese Beziehung nicht fortsetzen konnten, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Die Entscheidung, sich zu trennen, war ein schwieriger, aber notwendiger Schritt, damit beide ihr Leben und ihre Karriere fortsetzen konnten. Am Tag der Trennung konnte Florian seine Tränen nicht zurückhalten, in denen tiefer Schmerz und Bedauern steckten. Er weinte wegen der schönen Erinnerungen an die Vergangenheit, wegen der aufrichtigen Gefühle, die er für Beatrice hegte, und wegen der Träume und Hoffnungen, die nicht wahr wurden. Auch Beatrice Igli konnte ihre Gefühle nicht verbergen. In einem Interview teilte sie einmal mit, dass die Trennung von Florian eine der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens gewesen sei. Sie weinte vor vielen Menschen, nicht nur wegen ihrer verlorenen Liebe, sondern auch wegen der Anteilnahme und tiefen Freundschaft, die sie einst verbanden. Beatrices Tränen sind nicht nur ein Ausdruck von Traurigkeit, sondern auch eine Befreiung, eine Möglichkeit für sie, das Leid zu überwinden und weiterzumachen. Die Veranstaltung fand im Rahmen eines Leifeauftritts statt, bei dem Beatrice Igli und Florian Silbereisen gemeinsam auftraten. Als Beatrice anfing, über Florians Trauer zu sprechen, war sie tief bewegt, und Tränen traten ihr in die Augen. Das Publikum, das diesen Moment miterlebte, konnte nicht umhin, von den aufrichtigen Gefühlen und dem tiefen Mitgefühl, das Beatrice für Florian empfand, berührt zu sein. Es war ein unvergesslicher Moment, nicht nur für die Zuschauer der Show, sondern auch für die Millionen Fans, die zuschauten. Florians Traurigkeit und Beatrices Emotionen spiegeln zum Teil die Härte des Künstlerlebens wieder. Obwohl sie auf der Bühne auffällig und brillant erscheinen, verbergen sich hinter ihnen wahre Emotionen, Schmerz und Traurigkeit, denen sie sich stellen müssen. Auch in ihrem Leben gibt es schwache Momente, und sie brauchen Anteilnahme und Mitgefühl von den Menschen um sie herum. Florian Silbereisen behält trotz vieler Schwierigkeiten und Trauer stets seinen Optimismus und leistet weiterhin seinen Beitrag zur Kunst. Er ist nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein hervorragender Moderator, der dem Publikum stets Freude und Lachen bringt. Seine Belastbarkeit und Entschlossenheit sind für viele Menschen eine große Inspiration, insbesondere in schwierigen Zeiten. Das öffentliche Weinen von Beatrice Egli, als sie Florians Trauer erwähnte, ist ein klarer Beweis für die schöne Freundschaft und gegenseitige Unterstützung unter Künstlern. Es zeigt, dass Menschlichkeit und Empathie unabhängig von den Umständen immer das Wichtigste sind. Künstler wie Florian und Beatrice verbinden sich nicht nur durch Musik mit dem Publikum, sondern auch durch Geschichten, ehrliche Gefühle und das Teilen des Lebens. Durch Trauer und Schwierigkeiten haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli bewiesen, dass Freundschaft und Mitgefühl ihnen helfen können, jede Herausforderung zu meistern.